Hier habe ich einen Ski mit einem ziemlich heftigen Kratzer, bis tief auf den Belag. Zuerst gehen wir hin mit einem Gummi und machen die Skistopper hoch, damit sie zu uns nicht im Weg sind. Dann reinigen wir die beschädigte Stelle mit einer Kupferbürste. Zum Auffüllen des Belags nutzen wir solche Grafit Repair Candles. Das sind einfache Kunststoffstreifen. Diese Repair Candles werden einfach angezündet. Erstmal ein bisschen abtropfen lassen. Wenn es dann schön flüssig tropft, schön in die Stelle rein tropfen lassen. Jetzt können wir das noch ein bisschen abtropfen lassen. Nun muss dieser Bereich ca. 15 bis 20 Minuten aushärten und auskühlen. Jetzt nimmt man noch so eine Karosseriepfeile, legt sie plan auf und hobelt die überstehende Masage. Zum Schluss kann man noch mit einem leichten Schmirgelpapier leicht rüber geben um ein bisschen eine Struktur reinzumachen. Fertig. Das ist eine Struktur reinzumachen. Das ist eine Struktur reinzumachen. Das ist eine Struktur reinzumachen. Das ist eine Struktur reinzumachen.